. Hochbegabt? Prinzessin Galote spricht mehrere Sprachen. . Freude an der Sprache! Mit ihren fast drei Jahren hält Prinzessin Galote, zwei, ihre Eltern Herzogin Kate, 36, und Prinz William, 35, ordentlich auf Trab. . Die Zeiten im heimischen Nest sind mittlerweile aber vorbei, seit gut einer Woche besucht die kleine Thronfolgerin den Kindergarten und kann den anderen Kindern dort einiges beibringen. . Der Grund, Galote spricht bereits zwei Sprachen. Ein Insider verriet gegenüber People, sie ist sehr süß und wirklich selbstbewusst – sie plaudert gerne. Und das nicht nur auf Englisch. Neben ihrer Muttersprache soll der königliche Spross auch ein paar Brocken Spanisch sprechen. . . . Dafür gesorgt habe ihre spanische Nanny Maria Torrion Boralo, mit der Galote natürlich sehr viel Zeit verbringt. . Die Lernbereitschaft kommt in ihrem Kindergarten, der Wilcox-Nursi-Schule in Kensington, London mit Sicherheit zugute. . Die Einrichtung gilt als eine der besten Anlaufstellen für frühkindliche Bildung und Erziehung. . Die nächsten zwei Jahre wird sie dort lernen, wie man sich als benimmt, und wird gleichzeitig auf die Schule vorbereitet. . . Was haltet ihr davon, dass Galote bereits ein bisschen Spanisch spricht? Stimmt in der Umfrage ab. . Wie findet ihr es, dass Galote bereits ein bisschen Spanisch spricht? Einfach toll wenn es ihr Spaß macht.Unmöglich sie sollte erstmal eine Sprache beherrschen. . 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